Surah 110, An-Nasr Die Hilfe Offenbart zu Al-Madina 3 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abarmas des Barmherzigen Wenn die Hilfe Allahs kommt und der Sieg und du die Menschen zur Religion Allahs in Scharen übertreten siehst, dann lob preise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Er ist wahrlich der, der die Reue annimmt.